Die Eisler, die passen sich eigentlich nicht gerne an, den anderen. Du hast einen Köderlehrer, oder was? Was willst du jetzt dem Köder schon lernen? Soll er lernen, sich selbst zu lernen? Oder macht vielleicht eine Lehre aus Köderlehrer? Bevor der Lehrling mit seiner Lehre fertig ist, ist es ein halbgelehrter Lehrer. Ein Halblehrer. Auch wenn der Halblehrer? Das könnte ja vielleicht immerhin der Bruder des Halblehrers sein. Aber ich glaube, das ist doch viel zu kompliziert. Und darum, liebe Eisler, sagt doch lieber, ich gehe den Köder lösen und nicht lernen. Auch wenn vielleicht erst die anderen nicht verstanden.